Einen wunderschönen guten Ostermontagmorgen. Heute mal wieder ein Video aus unserem neuen Format raus und heute geht es um Binance und bei Binance kann man aktuell leider nur sagen Rauster um Verluste zu begrenzen. Ich hoffe jetzt, dass ich mit dem Video vor der, sag ich mal, nächsten, ja sag ich mal, Nachberichterstattung bin, wie es leider bloß bei FTX ja war, da konnten wir euch erst später über potenzielle Verluste natürlich und deren steuerliche Behandlung aufklären. Im heutigen Video geht es jetzt eher darum, dass ihr mal wisst, okay, wie ist denn eigentlich jetzt die Situation bei Binance und warum habe zum Beispiel ich auch die, ja seine Position, die ich bzw. auch meine Family auf Binance gehalten hat, jetzt abgezogen und auch bei den Bekannten, ja sag ich mal, jetzt am Wochenende geholfen habe, neue Börsen bzw. Exchanges und Wallets zu eröffnen, um damit einfach jetzt ja von Binance weg zu kommen. Ganz einfach, übers Wochenende haben sich die ja News zum Thema Binance ganz einfach überschlagen. Binance ist aktuell jetzt, vor zwei Tagen kam Nachricht raus, Entzug der Lizenz in Australien und zwar, dass es eine Art Bankenlizenz wurde entzogen worden ist. Gleichzeitig kam hinzu eine Sammelklage jetzt auch noch in den USA, wo ja die CFTC jetzt, sag ich mal ein bisschen den Braten gerochen hat und jetzt auf Binance losstürmt. Plus zusätzlich die großen Kritikpunkte ja schon immer aus der Community waren, Thema Transparenz, ja wie ist denn eigentlich die Situation bei Binance wirklich? Und die kurze Antwort ist, es schaut nicht gut aus. Diverse Experten gehen davon aus, dass bis Ende des Jahres 2023 Binance keine nennenswerte Rolle mehr spielen wird. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass du auch aus steuerlichen Gründen jetzt reagieren musst, damit du nicht entweder mit deinen Investmentportfolios in der Firma, sei es zum Beispiel was, was wir auch betreuen, Krypto GmbHs oder mit deinem privaten Portfolio am Ende mit einer Null dastehst und sagen musst, okay, wie kann ich jetzt eigentlich die Verluste steuerlich geltend machen? Es hört sich aktuell da natürlich auch so ein bisschen an wie ein beschleunigter Abwrackprozess, dass gerade die Amerikaner hier sehr stark hinter Binance her sind. Ganz wichtig ist, du kannst jetzt zwei Dinge ganz einfach tun. Entweder du verkaufst deine kompletten Kryptowährungen, die du hast und schließt eventuell das Konto bei Binance oder du überträgst zum Beispiel auf andere Plattformen wie zum Beispiel Kraken oder andere Walletanbieter, wo zum Beispiel ich ja den Ledger Nano S ganz einfach verwende und da ist es so, diese zwei Optionen hast du. Denn ganz wichtig, wenn du aktuell Verlustpositionen hast, dann kannst du diese nur innerhalb eines Jahres hier steuerlich geltend machen, wenn du an der Stelle natürlich auch einen Verkauf durchführst. Hier, wenn am Ende die ja Steuer, wenn es nämlich die verlustreiche Ausbuchung war, so ist, wie es bei FTX ja bei vielen der Fall war, die nicht schnell genug reagiert haben, dann ist das hier ein Riesenproblem. Zudem noch ein weiteres Thema, was ja immer noch nicht rechtlich ganz geklärt ist, Thema FTX auch wieder, dass hier an der Stelle ganz einfach hier die Frage ist, wen gehören eigentlich rechtlich diese Einlagen, diese Kryptowährungen? Das ist ja bei FTX auch noch nicht geklärt. Gehören die jetzt am Ende hier FTX bzw. in dem Fall vielleicht Binance? Oder gehören sie wirklich Kunden und sind damit Kundengelder, die dann auch eventuell im Falle einer Insolvenz nicht hier mit reinfallen? Von daher, das mal so als wichtiges Update heute am Oster, Montag, Vormittag, damit du hier eventuell noch schnell reagieren kannst. Denn ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass gerade die Amerikaner hier ein bisschen Fahrt aufnehmen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt hier alles an und werden dann natürlich nicht nur die SECs, sondern in dem Fall ja auch die CFTC hier, sag ich mal, aktiv werden. Das kann schon sein, dass hier wirklich jetzt dann in der Krypto-Szene auch durch die Amerikaner gerade etwas ausgelöst wird. Vor allem auch mit Blick darauf, dass die Kryptowerte ja in den letzten Monaten nochmal gestiegen sind. Aktuell sind wir bei ungefähr 28k, was ja nicht schlecht ist und vor allem von daher wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Ostermontag und schaut mal hier in die Kommentare, was es dazu zu diskutieren gibt. Was ist deine Meinung zum Thema FTX, Binance, wie wird sich das Ganze entwickeln? Ich wünsche euch einen schönen Tag.